Sie ist die mächtigste Frau ihrer Zeit. Hatschepsut, Tochter der Sonne, Pharao, Liebende und Herrscherin. Ist sie gefangen zwischen Pflicht und Gefühl, Liebe und Hass. Wen die Macht liebt, dem folgt Verrat. Intrigen, Geheimnisse. In einer Zeit der Gefahr hat sie den Thron Ägyptens erobert und gestrahlt. Doch nun will er der Falke sein. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!